italienisch lernen für fortgeschrittene lerne fließend italienisch sprechen mit sätzen und redewendungen möchtest du das hörbuch plus ebook kostenlos erhalten klicke jetzt auf den link unten in der beschreibung oder auf das i zeichen oben rechts im video denkt dran klick auf like und abonnieren um weitere videos von uns zu erhalten schreibt doch noch einen kommentar wie wir das video verbessern könnten oder welche sprache du lieber lernen möchtest an welche universität studierst du in quale universität studi ich arbeite für mich selbst lavoro in proprio wann kommt der nächste bus quando arriva il prossimo autobus ich bin bisexuell sono bisexuelle ihre kleider sind sehr modern i suoi vestiti sono molto moderni ich habe drei kinder io ho tre bambini was hat er gesagt cosa ha detto was ist passiert cos'è successo ich möchte das internet nutzen vorrei usare internet es regnet heute stark ha piovuto molto oggi sei nicht blöd non essere stupida das wetter ist gut il tempo è bello hattest du eine gute reise hai fatto buon viaggio es liegt an dir sta a te was ist der prozess qual è il processo das ist ärgerlich questo è sconvolgente du bist sehr geduldig tu sei molto paziente es spielt keine rolle non importa welche art von musik magst du che tipo di musica ti piace als was arbeitet ihre mutter che cosa fa sua madre ich habe noch nicht zum mittag gegessen non ho ancora pranzato sein zimmer ist sehr klein la sua stanza è molto piccola guten tag buona giornata gerade mehr als zwei Jahre poco più di due anni ich möchte zum laden gehen mi piacerebbe andare al negozio sie hatten recht aveva ragione ich möchte fernsehen mi piacere guardare la tv ist es weit è lontano ich bin vergesslich sono smemorato wie läuft die arbeit come va il lavoro das sieht alt aus sembra vecchio die strassen sind rutschig le strade sono schibolose ist es riskant è rischioso lange nicht gesehen è da molto tempo che non ci si vede ist das genug è abbastanza das ist nicht wahr non è vero für wie viele Tage per quanti giorni sie liegen falsch a torto ich arbeite in einer Fabrik lavoro in una Fabrica ich muss ins Internet gehen ho bisogno di connettermi alla rete jemand macht das für mich qualcuno lo fa per me gute Reise fai buon viaggio ich bin nicht beschäftigt non sono occupato sei bello ich weigere mich mi rifiuto di ich hätte gerne ein Zimmer vorrei una stanza wie weit ist es quanto è lontano er ist zu schnell gefahren guidava troppo veloce sie kommen gleich wieder tornano subito ich lese viel ho letto molto diesen Monat questo mese wie viel kostet das quanto costa in einer Woche nel giro di una settimana wie spät ist es che ora è wer ruft an chi sta chiamando ich habe kein schlechtes gewissen io non ho la coscienza sporca die atmosphäre war elektrisierend l'atmosfera era elektrizzante welches team unterstützt du quale squadra ti si hast du das schon einmal gemacht lo hai mai fatto prima ich bin bei der arbeit sono al lavoro wie lange dauert die reise quanto dura il viaggio tu siehst super aus ti trovo benissimo hast du Kinder hai figli es lohnt sich nicht non ne vale la pena hast du deine Fahrprüfung bestanden hai superato l'esame di guida kannst du schwimmen sai nuotare es ist ungünstig es comodo wie lautet die adresse qual è l'indirizzo in 10 minuten in 10 minuti sie haben es übertrieben hanno esagerato seine arbeit ist außergewöhnlich il suo lavoro è eccezionale es ist faszinierend è affascinante ich bin im Laden sono al negozio ich hasse fußball odio il calcio gesternachmittag ieri pomeriggio woher kommst du? da dove vieni? nur eine Minute solo un minuto sie ist in Gefahr lei è in pericolo von hier nach da da qui a lì ich muss nach Hause ho bisogno di andare a casa warum bist du traurig? perché sei triste? was möchtest du tun? che cosa vuoi fare? wann wann kommen sie an? a che ora arrivano? sind wir fast da? siamo quasi arrivati? sie wird morgen mit mit mir gehen lei verrà con me domani Mittagessen ist fertig il pranzo è pronto dies ist sehr wichtig questo è molto importante wo bist du zur Schule gegangen? dove sei andato a scuola was bedeutet das? cosa significa ich bin nicht verheiratet non sono sposato ich würde gern eine flasche Wasser kaufen vorrei comprare una bottiglia d'acqua guten tag buon pomeriggio ich bin Buchhalter faccio il contabile nehme es mit nach draußen portalo fuori es ist nicht sehr weit non è molto lontano wann kann ich dich wiedersehen? quando posso rivederti zu welchem Zeitpunkt ist es passiert? a che ora è successo? ruf mich an chiamami ich habe keine Wahl non ho scelta möchtest du etwas Wein? vorresti del vino? jetzt oder später? ora o più tardi wirf es weg buttalo via das war ungewöhnlich questo era insolito ich habe bereits bezahlt schicke mir eine e-mail mandami un e-mail möchte jemand kaffee? qualcuno vorrebbe un kaffè wir haben fußball gespielt es ist eiskalt fa molto freddo wie lange dauert es mit dem auto quanto tempo ci vuole in auto er ist kreativ kreative ich fühle mich gut mi sento bene in welchem bereich arbeitest du in kreativ ist Es wird kalt heute Abend. Ich bin eine Witwe. Es gab einen Meinungsumschwung. Mein Vater war da. Ich habe Jetlag. Du siehst gut aus. Ich brauche einen Beweis. Es ist ein ziemlich langer Weg. Bitte stelle es zurück. Es ist kompliziert. Lass mich mal überprüfen. Er gibt mir nie etwas. Versuche es auszusprechen. Probe a pronunciarlo. Du bist sehr nett. Sei molto gentile. Was machen deine Eltern? Cosa fanno i tuoi genitori? Ich bin erschöpft. Sono esausto. Ich höre gerne Musik. Mi piace ascoltare musica. Hilfe. Aiuto. Lass uns das Thema wechseln. Cambiamo argomento. Wo habe ich meine Schlüssel gelassen? Dove ho lasciato le chiavi? Es war einfach. Es war einfach. Ich bin Christ. Sono un cristiano. Du bist dran. Es ist dein turno. Das folgende Jahr. L'anno seguente. Du bist wunderschön. Sei bello. Der Film war deprimierend. Il film è stato deprimente. Ich war in der Bibliothek. Ero in Bibliotheca. Sei still. Fai silenzio. Vor einem Jahr. Un anno fa. Ich habe meinen Portemonnaie verloren. Ho perso il Portafoglio. Ich habe zu viel gegessen. Ho mangiato troppo. Ich sollte gehen. Dovrei andarmene. Ich habe noch viel zu tun. Ho ancora molto da fare. Letzte Nacht. La notte scorsa. Sie nicht negativ. Non essere negativo. Ich arbeite hier. Lavoro qui. Ich muss lernen. Devo studiare. Ich bin durch die Prüfung gefallen. Non ho passato l'esame. Es ist ein Wunder. È un miracolo. Das war ein Zufall. È stato un caso. Ich kann es jetzt nicht machen. Non posso farlo ora. Wohin sollen wir gehen? Dove dovremmo andare? Ich zähle auf dich. Conto su di te. Später wird ein guter Film gezeigt. Dopo ci sarà un bel film. Ich spreche französisch. Parlo francese. Die Tür ist verschlossen. La porta è chiusa a chiave. Was gibt es zum Mittagessen? Che c'è per pranzo? Wo fliegst du hin? Dove sei diretto. Frühstück ist fertig. La colazione è pronta. Das Essen war köstlich. Il cibo era delizioso. Ich werde darüber nachdenken. Ci penserò. Alles Gute zum Geburtstag. Buon compleanno. Wir sind im Ruhestand. Siamo pensionati. Servieren Sie noch Essen? La cucina è ancora aperta. Schmeiß es weg. Buttalo via. Ich hoffe nicht. Spero di no. Ich bin Buddhist. Sono un Buddhista. Hier ist es. Ecco qui. Ich bin zu Besuch bei Verwandten. Sto visitando i parenti. Schalte das Licht aus. Spegni la luce. Er ist sehr sportlich. Lui è molto atletico. Wie bezahlst du? Come paghi? Ich studiere viel. Sto studiando un sacco. Ich mag das nicht. Non mi piace questo. Ich rauche nicht. Non fumo. Das ist mein Freund. Questo è il mio amico. Bist du allein? Sei da solo? Ich bin glücklich. Sono felice. Das ist richtig. È corretto. Womit verdienst du deinen Lebensunterhalt? Cosa fai nella vita? Ich bin verliebt. Sono innamorato. Wirst du mich daran erinnern? Ti ricorderai di me? Ich bin engagiert. Sono impegnato. Wie lange dauert der Flug? Quanto dura il volo? Möchtest du mit mir kommen? Vuoi venire con me? Was möchtest du trinken? Cosa ti va da bere? Was ist los? Cosa sta succedendo? Wie alt sind sie? Quanti anni ha? Hast du Kinder? Hai figli? Ich brauche etwas Hilfe. Ho bisogno di aiuto. Ich bin Partner in einer Anwaltskanzlei. Sono socio di uno studio legale. Was wirst du haben? Che cosa prendi? Sie akzeptierte mich nicht. Loro non mi hanno accolto. Ich bin zweisprachig. Sono bilingue. Kann ich dich nach Hause fahren? Posso accompagnarti a casa in macchina? Um wieviel Uhr? A che ora? Ich bin protestant. Sono protestante. Ich bin schockiert. Sono schoccato. Welche Farbe hat das Auto? Di che colore è quella macchina? Versprochen. Lo prometto. Du bist großartig. Sei fantastico. Ich habe nicht genug Geld. Non ho abbastanza soldi. Das ist in Ordnung. Va bene. Um wieviel Uhr sollen wir uns treffen? A che ora dovremmo incontrarci? Achtung. Attento. Wieviel schulde ich dir? Quanto ti devo? Er sieht nicht wie ein Krankenpfleger. Non ha l'aspetto di un'infermiere. Ich bin entlassen worden. Sono stato licenziato. Ich bin allergisch gegen Meeresfrüchte. Sono allergico al pesce. Ich arbeite in der EDV. Lavoro nel settore IT. Bis später. A dopo. Ich lebe allein. Vivo per conto mio. Spielst du Schach? Giochi a scacchi? Wünsch dir etwas. Esprimi un desiderio. Ich bin verrückt nach dir. Sono pazzo di te. Was hast du gesagt? Cosa hai detto? Ich studiere Medizin. Sto studiando per diventare medico. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Non ho ancora deciso. Wie war der Film? Wie war der Film? Come era il Film? Ich möchte unsere Botschaft kontaktieren. Voglio contattare la nostra ambasciata. Das ist zu teuer. È troppo costoso. Es ist zu scharf. È troppo piccante. Wir sind spät dran. Siamo in ritardo. Wo ist? Wo ist? Dove? Wir haben das Spiel verloren. Abbiamo perso la partita. Das Auto wurde repariert. L'auto è stata riparata. Nächstes Mal. La prossima volta. Ich habe Hunger. Ho fame. So viel wie möglich. Per quanto possibile. Mein Antrag wurde abgelehnt. La mia domanda è stata respinta. Ich habe zwei Schwestern. Ho due sorelle. Das ist interessant. Interessante. Ich bin 32. Ho 32 anni. Ich bin fast fertig. Ho quasi finito. Wie ist das Wetter? Com'è il tempo? Hast du Haustiere? Hai degli animali? Ich muss lernen. Devo studiare. Ich arbeite in einem Restaurant. Io lavoro in un ristorante. Das war ausgezeichnet. Era eccellente. So ist das Leben. È la vita. Ich bin Arzt. Sono un medico. Ich werde es dir beibringen. Ti insegnerò. Sie ist älter als ich. È più grande di me. Uns ist das Benzin ausgegangen. Abbiamo finito la benzina. Ich habe zugenommen. Sono ingrassato. Er ist gerade nicht da. Non è qui al momento. Arbeitest du morgen? Lavori domani. Ich bin sehr fleißig. Sono un gran laboratore. Sein blick kann sehr intensiv sein. Il suo sguardo può essere molto intenso. Ich mag sie. Lei mi piace. Drehen sie sich um. Giri. Wir haben viel gemeinsam. Abbiamo molto in comune. Vergiss nicht. Non ti dimenticare. Wie geht's? Cosa fai? Um welche Uhrzeit bist du schlafen gegangen? A che ora sei andato a dormire? Wann sollen wir los? Quando andremo? Um wieviel Uhr läuft das Spiel? A che ora inizia la partita? Was für ein schrecklicher Tag. Che terribile giornata. Das Meer ist ziemlich ruhig. Il mare è abbastanza calmo. Haben sie irgendwelche Münzen? Ha delle monete? Wie alt bist du? Quanti anni hanno? Ich bin katholisch. Sono un katholico. Ich bin in meinem letzten Jahr. Sono all'ultimo anno. Wie ist das Ergebnis? Qual è il punteggio? Ich brauche einen Termin. Ho bisogno di un appuntamento. Ich studierte Politik. Ho studiato Politica. Wir haben zwei Jungen. Abbiamo due Maschi. Ich habe Angst um ihre Sicherheit. Ho paura per la sua incolumità. Ich habe einen Fehler gemacht. Ho fatto un errore. Sei nicht verschwenderisch. Non fare lo sprecone. Lass uns zusammen kochen. Cuciniamo insieme. Ich kam mit meiner Familie. Sono venuto con la mia familia. Ich möchte. Mi piacerebbe. Ich muss den Termin stornieren. Ho bisogno di annullare l'appuntamento. Hast du dein Studium beendet? Hai finito di studiare. Kannst du das für mich übersetzen? Puoi tradurmi questo. Es sieht aus wie Regen. Sembra che piova. Kein Problem. Nessun problema. Es war ein persönlicher Angriff. È stato un attacco personale. Ich würde gerne einkaufen gehen. Mi piacerebbe andare a fare shopping. Wir brauchen Tickets. Abbiamo bisogno dei Biglietti. Sie hat einen scharfen Verstand. Ha una mente acuta. Es soll morgen regnen. Domani dovrebbe piovere. Nachmittags. Nel pomeriggio. Lass mich bitte in Ruhe. Per favore, lasciami in pace. Die Anzeige war unehrlich. L'annuncio non era corretto. Wie nimmst du es? Come si prende? Ich war sehr beschäftigt. Sono stato molto occupato.